Erstmal ganz kurz... Musst du mich verarschen? Übrigens, das ist meine Stimme bei Droge und bei 7. Mhm. Also ein Stream. Christa. Soll ich noch weiter vorlesen, Inka? Nee, musst du nicht, warte mal. Aber ich möchte mich mit entscheiden. Dann lese ich doch vor. Also ist es gegen einen Titan zu kämpfen? Wie habe ich das bloß überlebt? Das würde ich gerne mal wissen. Können wir sonst... Hä? Können wir was? Können wir sonst? Können wie sonst. Können wie sonst? Das hast du Imir uns zu verdanken. Du hast es Imir zu verdanken. Ja, Imir passt auch immer auf Christa auf. Ähm... Ja, nein. Sagen wir mal, Können wie sonst. Nee, du hattest einfach nur Glück. Nee, dann mach mal Imir. Das ist schon so, dass Imir auf dir aufgepasst hat und Christa weiß es nachher auch. Da konntest du recht haben. Wenn sie nicht gleich neben mir gewesen wäre und mir geholfen hätte. Du bist im Tod auch von der Schippe gesprungen, was? Ich freue mich für dich wirklich. Ach, das ist schön. Dankeschön. Das ist schon nett. Was ist denn da in der Luft? Was ist das denn? Hä? Was fliegt denn da oben rum? Was ist das cooles denn? Sieht aus wie so ein Streifenhörnchen, das von Baum zu Baum springt gerade. Oder irgendwie so ein Streifenhörnchen mit gigantischer Flitzekacken, der dadurch abhebt oder so. Keine Ahnung. Ja, wir sind Gnome drin. Was ist da drin? Gnome. Du bist auch so ein Gnome, Lisa. Moment, ich hab mich verlaufen. Ich wollte eigentlich nicht da hoch, aber ich musste irgendwie hoch, um das zu fett, was ich brauche. Erstmal ganz kurz. Du musst mich verarschen. Ist nicht euer Ernst. Oh mein Gott. Das ist richtig. Aber man kann solche einzigartigen Szenen aber auch nicht wieder rekonstruieren. Nee. Das war ja, weil wir sie wieder überlebt haben. Ach mein Gott. Ich komm da nicht hin. Warum steigt Yassel nur nicht ein? Hä? Hast du abgeknallt, Jakob? Ne, ich. Ja, was machst du da? Ich hab Nähe zu dir gesucht. Ist ganz einfach. Hä? Was hast du denn da für ein Problem an, wenn ich mal ein bisschen Nähe zu dir suche? Wieso? Ich bin mit dir zusammen dick, okay? Was? Ja, okay. Wir sind nicht alleine dick. Ach, scheiße. Ich wollte doch mal ganz kurz. War nicht mein Bruder, aber Papa. Ich glaube es sagt. Soll ich sagen, das ist doch mein Papa oder so? Wow. Alter, ich bin Titan. Alter, komm da ist mein Titan. Yeah. Lass mich für Menschen essen. Komm her. Ich hab Hunger. Wo denn? Wo denn? Wie kann ich das machen? Bist du der? Ja, geil. Warum? Weiß nicht, weil ich das geil finde. Du sollst nicht fressen. Alter, ich will die essen. Geil, geil. Oh, das würde ich machen wollen. Ich brauche das klein. Jaig! Wow! Wieso macht das denn fast? Weil ich das gut finde. Das ist ein Wegstep, Alter! Wenn wir den hier hinlocken können, den T-Rex, ne? Oh Gott, bist du doof? Alter, hab ich mich erschrocken, diese Kackvögel, Alter. Ich hasse diese Kackvögel. Wie er direkt wieder angreifen möchte, ne? Dieser hässliche Pisser. Wir haben nur den 3-Meter-Titan? Ja. Ja, das stimmt. Abnormal, da haben wir ja einen Abnorm. Genau, das ist Inkas Bruder. Das ist Inkas Bruder! Egal. Die sollen wir alle fangen? Ja gut, dann müssen wir die alle ein bisschen können. Muskelös. Genau, das frage ich mich auch. Oh Jakob, ich fahr jetzt ohne dich, ey. Das nervt manchmal, der fahr einfach ohne ihn. Fahr. Was warten los? Ja, Jakob, der trödel wieder unten rum. Wir warten alle auf den. Komm, wir gehen schon mal die Welt geretten hier. Nee, kann ich das nicht. Auf mich wartet auch immer keiner, weißt du? Ich drehe den auch auf. Aber damit musst du halt leben. Das ist die geheime Kammer hier. Wir sind deine. Pass auf, warte mal. Da sind Loder drin. Ganz sachte. Oh nein. Alter, ich hasse dich. Ich hasse dich. Was ist jetzt passiert? Ich wollte keiner aussteigen und du lässt den Fahrstuhl runterfahren. Das hast du mit Absicht gemacht. Am T-Rex vorbeischwimmen? Das geht nicht, weil... Ähm... Na gut, hier sieht das ziemlich chillig aus. Ähm, weil wegen Megalodons. Ach so, der T-Rex schwimmt schon selber. Oh Gott, bin ich... Oh, hab ich mich erschrocken. Was war das denn jetzt? Piranhas auch noch übrigens, ne? Piranhas sind ja auch noch da. Beide so eine Glitzerkanonien. Was? Die beiden Glitzis. Ja, geil, ne? Wir sind die Glitzis. Schöne Glitzis. Tolle Glitzis. Alter Jakob, ey. Ich hab das Gefühl, du knabberst auch mit den Mund auf, ne? So... Ja, ja. Der schmatzvoll, Alter. Das macht er immer die ersten zwei Mal so. Das ist furchtbar. Warte einmal. Ich hab dir schon fast mal gesagt. Einstatt in den Muskeln. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja, wenn man das zehn Jahre lang sagt, ne? Und ein Mensch versteht es nach zehn Jahren immer noch nicht. Andere Menschen lernen in drei Jahren einen ganzen Beruf. Manche können nicht nur eine Handlung innerhalb von zehn Jahren lernen. Ich hab dann, äh, irgendwann ist das schon leicht gereiht. Das ist so geil, Alter. Ein 3-Meter-Typ. Alter, wie viele sind denn das hier? Alter, könnte ich mal auch... Warte mal, das ist wichtig. Warte mal, ganz kurz. Zwei noch. Was? Zwei noch, hol dir ein Pferdchen ran. Ja, warte mal. Das ist... Ja, aber da vorne ist der Titan doch. Kann ich noch mal später rufen. Ach, jetzt hab ich ein Pferdchen ran gerufen, weil du Pferdchen gesagt hast. Man sich hier so umblickt. Es gibt aber nicht... Oh, da oben haben wir doch einen Raptor. Ja, gut zu wissen, ob es nur einer ist. Was ist denn da in der Höhle? Auch ein Raptor. Okay, warte mal. Warte mal. Oh. Oh, das sind gleich drei Stück. Oh Gott. Warum bist du das denn? Oh Gott, die fressen gerade jemanden. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, das war knapp. Ich habe überlebt. Oh, das war es mit Überleben. Ich hänge fest. Ich hänge mit dem Raptor fest, wie der mich anguckt einfach. Meine Raptor steht unmittelbar bevor. Lauf nicht weg, Betty. Hier kommt Daddy. Mein Dank ist dir gewiss. Oh, danke schön, Jakob. Gesehen? Bär, der Slow, der ganz alleine weggenutzt hier. Du hast dich alleine weggemacht. Hast du doch gerade gesehen. Wo war die denn? Wo finde ich denn dieses Gewehr? Ach so, komm mal mit, Lieschen. Ach, das habe ich ganz vergessen. Ich war so, weißt du, das war so, ich war so ein Kampf, weißt du, war so richtig drin in meinem Element. Bin durch die Gegend geflogen oder so. Und voll aus der Kugel lust. Und hier, komm mit bitte. Hä, hat jemand schon mitgenommen oder was? Ja, tut mir leid, das hat irgendjemand schon mitgenommen. Und hast du da gerade, du hast mich in einem angelockt, Alter, Inka. Kannst du mir mal verraten, was es soll? Und dann rennt sie weg. Alter, wir retten gerade die Welt, Inka. Die redet nicht viel mit mir. Keine Chance, Inka redet heute nicht mehr mit mir. Oh, Entdeckung. Ich bin mal gespannt, wer mich jetzt rettet. Oh, jemand rettet mich. Es ist ein Wunder passiert, irgendjemand rettet mich. Ich muss auch retten werden. Rette mich. Da, 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 da. Es kann, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ähm, ganz kurz dünscherein, ihr Süßen, damit ist das Stream-Abend heute natürlich nicht beendet. Wir gehen gleich rüber zu Borderlands. Ja. Ähm, so in, wir gucken uns das... Ja, warte mal, erstmal müssen wir ganz kurz das Spiel analysieren. Wir schauen uns das jetzt erst zu Ende an und dann nur schon, was ihr Bescheid wisst. Also, es geht auf jeden Fall noch weiter heute Abend. Wir müssen das Spiel noch analysieren. Ja, ich sag ja nur, dass ihr Bescheid wisst, es geht noch weiter heute Abend. Dieses Spiel, Detroit Become Human, müssen wir noch analysieren. Das weiß ich. Ich habe denen nur Bescheid gegeben, dass wir heute nicht Schluss machen, sondern noch weiter spielen. Okay. Okay.